Wer die Alpen besucht, der sollte sich unbedingt den Königssee in Schönau ansehen und ihn bereisen, nämlich auf einem Schiff. Und ich nehme dich jetzt mit auf diese Reise. Wer die Alpen besucht, der sollte sich unbedingt den Königssee in Schönau ansehen. Wer die Alpen besucht, der sollte sich unbedingt den Königssee in Schönau ansehen. Wer die Alpen besucht, der sollte sich unbedingt den Königssee in Schönau ansehen. Wer die Alpen besucht, der sollte sich unbedingt den Königssee in Schönau ansehen. Wer die Alpen besucht, der sollte sich unbedingt den Königssee in Schödladen. Wer die Alpen besucht, der sollte sich unbedingt den Königssee in Schönau ansehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.